Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, rezensiert wird Auraglo Energie Sparlampelett bei B27, 7W 480 LM Warmweiß qualitativ sehr hochwertig und bei 480 Lumen sehr hell 45-50 Watt Equivalent. Der angegebene Abtreibwinkel scheint zu stimmen. Leider kann ich das Warmweiß nicht bestätigen, da diese Lampe eher ins Kalte gehen. Ich habe zwei über der Esserke verbaut und die Gesichter rund um den Tisch erscheinen ziemlich blass. Ich würde die Farbtemperatur eher bei 5000 K einschätzen. Ansonsten ein gutes Produkt. Über die Haltbarkeit kann ich noch keine Aussage machen. 1 Stern Abzug wegen Farbtemperatur hoher Preis zwischen Stand 27.04, 2014 inzwischen ist eine ausgefallen, das darf bei Lett und den Preisen nicht passieren. Ihre maximale Leuchtzeit und Schaltzeiten hatte dieses Leuchtmittel noch nicht erreicht. Ich finde es übrigens unerhört, dass meine Rezession hier anderen Lampen zugeordnet wird. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.